ja hallo und wunderschönen guten morgen das wetter hält jetzt gerade mal ein paar tage her das schöne ist und jetzt habe ich mir gedacht jetzt fangst du schnell das mähen an und versuchst heute zu machen schauen wir mal ob es was wird ein paar tage sonnenschein haben wir also legen wir los und Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020